Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 1 mit dem Zero nach einer kurzen Verschnaufpause oder wie soll ich es nennen. Wir haben wieder Energie, um alles zu töten. Genau, ja wie gesagt, ihr werdet es gemerkt haben, eine kurze Verschnaufpause sozusagen, aber das soll uns nicht daran hindern, hier alles wieder platt zu machen und los geht's. Schon mal die Tür aufgemacht für dich. Ich bin ja hier ein Gentleman, ne? Er macht für sich selber die Tür auf. Du bist kein Gentleman. Ja, logisch. Ähm, ähm, genau, wir mussten Quests abgeben. Wo können wir die denn abgeben? Hier drinnen, glaub ich, ne? Eine Sorge, Pandora ist der 13. wichtigste Planet in unserem interglobalen Netz. Wir geben vielleicht nicht viel Geld für euch aus, aber wenigstens mehr. Wer wird quatscht denn dazwischen? Der ein Signal an die Bomben im Depot sendet und ihre Detonationssequenzen aktiviert. Um die dazu nötigen Teile zu bekommen und zu montieren, muss man das Atlas Computernetzwerk kennen. Also ist das mein Job. Zweitens, der Zugangscode zum Depot wurde geändert, als ich abgehauen bin. Deine Mission ist es, uns den neuen Code zu besorgen. Wie einfach mal alles lauter ist als sie. Ja, das hab ich mir auch gerade gedacht, dass sie verdammt leise ist. Oh Mann, ey. Naja, gut. Ähm, ähm, sprechen. So. Ich find sie auch total komisch irgendwie. Weiß nicht. Ich hab ne, ich hab ne Rifle bekommen. Ne Alien Rifle. Oh Mann. Du musst sie dir mal angucken. Der, der Kopf passt gar nicht zum Körper. Es ist... Außerdem beim, beim Reden stand, hab ich mir... Du solltest mit deiner Recherche in dem Crimson Lands Bunker im Norden anfangen. Wenn du in die Basis reinkommst, findest du vielleicht Aufzeichnungen zum Zugangscode. Ja, gut. Äh, beim, beim Reden ist sie über, äh, ja, die ganze Zeit hin und her getortet. Ich dachte, hallo? Bleib mal stehen. Ganz ruhig. Naja, was auch immer. Äh, wir müssen jetzt zwei Leute töten. Du musst sie mal breit ziehen. Ihr Kopf ist einfach mal breiter als das ist ihre Taille. Das ist doch nicht normal. Ja, stimmt. Oh Mann. Okay. Wobei ich denke, wir lieben Kyros töten und, äh, Typhon töten. Genau. Also den Typhus... Typhon nützt mir an wie so ne Krankheit, oder? Typhus? Den, den... Ja, genau. Den, den Typhus und den, äh, Gyros. Ähm, 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 was sollte ich denn jetzt machen? Achja, wir haben übrigens, äh, zwei verschiedene, ne? Äh, ne, wir haben drei, drei Missionen haben wir. The Crimson Tollway? Ist auch noch eine, ne? Ich glaube sogar, die sollten wir als erstes machen, weil die ist noch Level 35. Moment. Braucht die denn her? Braucht die ganzen Waffen her? Ich hab keine Ahnung. Ich geh jetzt auch erstmal verkaufen. Irgendwo ist denn hier ein Laden nach da hinten. So. Zack. Einmal schnell verkaufen, die ganzen Mist hier. Klicke, die klick. Und alles weg. So. Dann hab ich einfach mal einen Revolver im Inventar. Explosionsschaden 500x3. Ui. Aber wahrscheinlich langsam wie sonst was, ne? Ja, zwei Kugeln. Das Ding ist, das Ding ist so riesig, aber auch ne gute Nachladezeit, oder? Ja. Das Ding ist einfach mal so riesig wie du selbst. Ja, das sieht auch hier so aus, wenn ich hier so reingehe. Die Waffe, die Waffe ist größer als meine Shotgun. Das ist total krass. Naja, gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir machen erstmal die Mission. Zwei haben wir davon sogar schon gemacht. Oh, war das vielleicht eine, die wir aus Versehen dann vergessen haben, weiterzumachen? Ich weiß nicht, kann sein. Ich weiß nicht. Na gut, okay. Ich hab mir mal eben einen Wagen organisiert. Ich weiß nicht, wie möchtest du mit rein? Ja, wo bist du? Ach, da. Wenn ich ein Spiel nicht länger als zwei Tage spiele, vergesse ich alles. Ja, das ist, das macht nichts. So, wir fahren mal eben da hinten hin. Ich wusste auch nicht. Ups. Komm rein, komm rein. Ich komme. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt außen rum gehen. Ich habe nicht gesehen, dass da so ein Nadelbildschirm im Weg ist. So, bist du, ach ja, gut, da bist du. Komme. Komm, steig ein. Ich hoffe, die Kontrollautstützung bei Borderlands 2 ist ein bisschen besser. Weil ich sehe die Tasten nicht, da stehen nur die Buchstaben. Stopp, stopp, stopp. Oh Gott. Hättest du springen müssen, ich bin schon wieder ausgestiegen. Oh Mann. Okay, ich nehme noch mal kurz ein bisschen Anlauf. Zack. Dann gib ich ihn jetzt. Oh. Super, bestens. Ups. Das klappt. Oh, fast zu weit. Ja, ich sehe schon. Oh. Können wir mich schon drum ignorieren. Das, das, das ist aber auch echt ätzend hier, dass man nur mit einer Maus steuern muss. Das Auto, das ist echt doof. Ich nicht. Ja, du nicht, aber ich. Ja, bist doch kein Controller. Ne, ich mag keine Ego-Shooter mit Controller spielen. Das ist nicht meins. Wieso nicht? So viel geiler als mit Maus, ganz ehrlich. Der Beweis sind unsere Duelle. Ja, so Autofahren und so, das ist ja völlig in Ordnung. Aber wo müssen wir denn hin? Oh. Wir müssen, ne, da hin. Da, wo die Jungs runtergesprungen sind wahrscheinlich, ne? Ja, wo wir gerade runtergefahren sind. Da müssen wir hin. Äh, drunter durchgefahren sind, so. Lalalala, klack, klack. Ach, da ist noch einer. Lalalala, so. So. Ich geh schon mal hoch. Du kannst ruhig deine Runden drehen. Ja. Ich will meine neue Waffe ausprobieren. Den Revolver meinst du? Ja. Coole Sache. Oh, geht. Hab ich da noch nicht genug? Hey, ich wurde verarscht. Was, was bringt denn dieser Weg hier? Hallo, Reisende. Auf dem schwarzen Brett in T-Bone Junction sind neue Missionen verfügbar. Ey, zu schmild. Jetzt sind wir schon draußen. Gut, dass meine Assault Rifle besser fliegt als meine Sniper. Äh, SMG meine ich, diese Assault Rifle. Boah, fast ein Schuss für jeden Gegner. Ist das krank? Das ist echt krank. One-Hit-Waffe, warte. Wie verwirrst du, wo soll ich hin? Kriegst du. Wer, wer, wer trifft mich denn die ganze Zeit? Werner. Ach du. So, ich lauf mal in Richtung, wo wir hin müssen. Da? Ich hab keine Ahnung, ich bin selbst verwirrt. Ja, irgendwie total. Ach, ich seh, ich seh. Oh Gott, ich seh's. Ich seh, wo wir hin müssen. Okay. Ich musste mich dafür nur ins Auto setzen. Ich wollte es nicht klauen, ich wollte nur gucken. So. Ins Auto setzen? Wie komm ich jetzt da hin? Ah, ich seh schon. Ah, du bist doch gerade eben schon lang gegangen. Wieso hab ich den Weg nicht gesehen? Hä? Wie bist du... Hä? Wie bist du... Hä? Wie bist du... Hä? Wie bist du hingekommen? Ach! Super. Dafür lauf ich runter. Irgendwas schießt ihr auf mich. Ach, da oben. Ja, es sind nur so Schweine, die verstecken sich hinter dich einfach, ne? Ne, die fliegen. Ja, die fliegen hinter ihr. Das sind so archiventypen gewesen. Das war auch der Typ, der mich verwirrt hat. Ist da rumgeflogen und ich hab's nicht realisiert. So, ich bin dann auch mal da. Der will nicht down gehen, der Typ. Hallo, Reisende! Auf dem schwarzen Brett in Tibor & Junction sind neue Missionen verfügbar. Au! Ah, die Waffe haut so rein, ey. Nur zielen mit der Waffe ist ein bisschen scheiße. Okay. Ich geh jetzt einfach weiter, die Nerven. Hä? Hä? Die fehlt richtig gut. Jetzt erheizt der Tod. Oh, eine Lootkiste. Eine Lootkiste. Jetzt kommen wieder diese Raketentypen. Also die, die. Ja. Typen halt. Was zum... Ach, meine Aura. Ich hasse sie. Meine Aura ist ein Fluch. Ja, das war auch meine Aura. Okay, ich muss von der Gäste hier fernbleiben. Okay, wir müssen... ... hier drinnen irgendwas machen? Ich weiß nicht. Ich hab eine Lootkiste gebrochen. So eine riesige. Hä? So. Oh, Sirene! Na, Girl Power. Ich hasse Girl Power. Sirene, Girl Power. Ja. Ich hasse dich auch, Alter. Oh. Also ich bin... Hä? Was... Was sind das für Scheiß, das sind die Gäste? Ganz ehrlich. Ah! Nee. Moment. Ich bin genau auf dem Punkt drauf. Hä? Kann das sein, dass die verbuggt ist? Ich weiß nicht. Dass die damit meinten, äh... Weil den Hebel haben wir ja schon umgelegt. Moment. Hier steht, äh... Caesarias Truppe überlebt und Helikons Truppe überlebt. Vielleicht das mal töten. Überlebe den Hinterhalt der Omega-Einheiten, indem du ihre Anführer tötest. Ja, vielleicht sind wir irgendwo ein Anführer. Ich schau nochmal hier oben. Ah, hier. Achtung. Atlas hat ein großes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Entschuldigung. Sie schicken ihre besten Elite-Einheiten, die Omega-Assassinen, die die immer so vom Himmel kamen, weißt du? Äh, um dich zu töten. Athena hat dich gewarnt, dass weitere vier Teams unterwegs sind. Du weißt nicht, wo und wann sie zuschlagen werden, aber du weißt, sie werden kommen. Überlebe. Ach so. Das heißt, die kommen random irgendwo. Schätz ich mal. Kann gut sein. Weil hier bin ich der Meinung, war letztes Mal auch sowas in der Art. Ja, dann machen wir die anderen Quests, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja, würde ich auch sagen. Aua. Das war ja sehr intelligent von mir. Naja. Nein. Oh Gott, ich bin okay. Na komm, wir gehen erstmal die Informationen suchen. Was hast du getan? Guck mal, wo ich bin. Moment. Äh, wie komme ich denn hier jetzt wieder weg? Ach, hier. Äh, wo bist du? Ja. Ja. Wir spielen such den Zero, der fast runtergefallen ist. Oh ne, ne. Lol. Hallo. Alter. Ich hab mich noch gerettet, als ich hier auf den Balken gesprungen bin. Ich glaub, ich komm sogar hier weg. Wahrscheinlich ist hier eine unsichtbare Mauer. Noch nicht? Nein. Du, deine unsichtbaren Mauern. Ich hab's überlebt. Ich bin OP. Abkürzung. Herzlichen Glückwunsch. So, ich geh hier nochmal ganz kurz die Spinte aufmachen. So ein bisschen Geld klauen. Warte jetzt, ich guck mal auf die Karte. Wir müssen... Wo müssen wir hin? Oh, den ganzen Weg zurück. So. Jetzt fahr' ich, jetzt zeig' ich dir, was ein Controller drauf hat. Ja, heiße. Nein, wie gesagt, ich find's mit dem Controller, der hier ist auch besser. Wow. Äh, das Ding ist ziemlich schnell. Zu fahren. Aber, so zielend und so weiter, da bin ich dann doch eher Tastaturmaus, also. Naja. Ich bin halt Consolero. Ich spiel' alles mit, äh, Controller. Sogar Strategiespiele. Aber lädt sich der Bus so langsam auf, oder was? Ja. Das dauert ja Ewigkeiten. Weiß nicht, nochmal mit dem schwarzen Brett vorbeischauen. Sonst nervt mich der Claptrap die ganze Zeit. Das könnten wir im Prinzip auch nochmal schnell machen, ja. Sind ja jetzt hier. Äh, dann guck ich nochmal kurz auf die Karte, wo ist denn das schwarze Brett hier? Äh. Irgendwo T-Bone Junction. Man kann die Hupe gar nicht spammen. So, das schwarze Brett. Wenn ich ein schwarzes Brett wäre, wo wäre ich? Ja. Hier. Moment, ich mach das mal eben. So, Straßenterror und Energiesauger. Na, beides 37er, nicht schlecht. Machen wir dann erstmal die, sozusagen, Lehm-Mission beim schwarzen Brett noch nicht bezahlen, ja, ne? Ja, können wir machen. Wir müssen, glaub ich, sowieso in die gleiche Richtung. Achso. Ist sogar schon aktiviert. Jey! Naja, fast. Äh, und Bombe. Hä? Ich dachte, fährt man entgegen. Crazy? In diesem Fall wahrscheinlich nicht. Warum auch immer. Der auch immer. Kommt mir bekannt vor. Ich glaub, da waren wir schon mal. Ja, waren wir auch. Bombe gefunden, Ladung platziert, Stromleitung zerstört. Okay, hört sich komischer. Oh, da nehmen wir schon. Ups. Ich ramm den weg. Er wollte mich. Ähm. 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 Ich steig mal aus. Ja. Nein. Ich tf. Typisch seo. Ich hab gar nichts gemacht. Da lege ich am Boden. Danke schön. So. Dann wollen wir mal. Ich hab ne neue Waffe, die würde ich gerne testen. Schon wieder? Ne SMG hab ich gefunden. Okay. Ich hoffe, die ist besser als meine alte. War eigentlich wahrscheinlich nicht. Nur noch mal kurz nach. So. 74 mal 2. Meine hat gemacht 75 mal 4. Okay. Merkst du was? Ich hab keine bessere Waffe. Keine bessere SMG. Ja, meine hab ich auch schon lange. Sehr lange. Was ich beim töten? Das bist du langsam. Langsamer als du, glaub ich. Ich kriegste grad deinen Staub. Wortmörtlich. Ich seh Staub. Und deinen Füßen. Hä? Huh? Wir fahren einfach an uns vorbei. Was zum? Ich gucke gerade. Wo ist denn? Wo ist denn? Ah. Bump. Ich komm. Ich komm. Der hat mich gewonhitted. Einfach so. Werde dich mal gefragt. Lalalalala. Lalalalala. Textuelle Belästigung. Auf die Weine, Soldat. Lalalalala. Du schüsst. Dann läuft er einfach weiter, wenn du es nicht schießt. Lalalalala. Jetzt bin ich schon wieder hinter dir. Mist. Lalalalala. Achtung Stolperfalle. Lalalalala. Oh, du hast ne Brücke. Alter, die machen nicht den Schaden ohne Hilfe, ne? Ja. Hilfe? Und weiter. Ich sterb die ganze Zeit. Was ist das hier für ein Ort? Ich hab keine Ahnung. Was liegt denn da so schön grünes? SMG, die Müll ist. Ich hab hier einen Stuhl gefunden. Einen Stuhl? Mhm. Gratulation. Ich muss sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt hier nach unten zu gehen. Nicht. Jetzt kann ich hier wieder hinterher laufen. Aber ich bin ja sowieso recht fix. Ja, ich räum hier gleich erstmal so ein bisschen auf. Jaja, komm du Fliegevieh. Hau ab. Oh, was Blaues. Was Blaues. Ist das runtergefallen? Naja, toll. Super. Hier muss doch langsam mal so ne Autostation sein. Ja, irgendwann bestimmt. Irgendwann. Ja. Scheiße Cheater, ey. Haben uns einfach unter die Erde gebackt. Na toll. Die Granate war sinnlos. Ja, dann bin ich auch mal da. Ja. Die weißen Sachen lass ich jetzt tatsächlich mal liegen. Ach, wir müssen einfach nur durch. Ich dachte, wir müssen hier aufräumen. Ne. Ich guck mal kurz auf die Karte. Wo müssen wir hin? Ich guck lieber nicht. Ach du Scheiße. Ach nein, ich sag's dir nicht. Ja, ich, wie gesagt, ich gucke auch lieber nicht. Ne. Würde ich auch nicht empfehlen. Okay, jetzt muss ich gucken. Ach du Scheiße. Yay. Oh, oh, oh. Yippie. Löscht das so'n Ding? Ja, hab ich mal benutzt, dachte ich mehr so. Ups. Ach, ich dachte, das wär ein Schnellreise-Ding. Oh, alter Zero, ey. Geh deinen Führerschein machen, ey, ganz ehrlich. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Naja, aber immerhin, das war schon wieder deine Spürnase für, äh, ne Dingens hier. Ja. Eine Kiste. Weil hier steht eine. Tatsächlich. Und hier sind Pistolen drin, also dein Bart. Kannst du dich gerne dran bedienen. Wo bist du denn du? So, damit kannst du fahren. Ich guck mal nach den Pistolen. Ach, hast'n wieder rausgebacken gekriegt, ja? Ich, ja. Schön. Das freut mich. So, kacke, kacke. Das geht so. Kacke. Ah, ok, Moment. Er ist einfach auf den Controller Y drücken müssen und dann wärst du auf der anderen Position gewesen. Blablablabla. Wollte dir nur helfen. Yippie. Oh. Oh, da spawnen einfach mal Gegner. Warte, sind das die Assassinen? Nein. Ok. Weiter geht's. Ich glaube nicht. Oh, 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 oh. Doch, das... Oder? Ne, ne? Ich weiß nicht, dass das aber dieses Raketending ins Krieg ist. Ja, aber das sind... Das sind diese ganz normalen Lensdinge. Ich fahr weiter. Mach' ich denen überhaupt Schaden? Ich glaub nicht. Jetzt mach' ich den Schaden. Wir sind ja sowieso da. Jaja. Das war nicht die, die wir gesucht haben. Oh, oh, oh. Loot, loot, loot. Oh, ne Sniper. Das wäre vielleicht das für dich. Wie war sie hoch? Nö, ich hab' da irgendwas umgegangen. Weil die hat, äh, E-Level. Ich komme. Wo? Ach, da. Na. Ach, da. Ich hab' sowieso schon lange keine Sniper mehr gehabt. Ja, dann wären wir endlich angekommen. Oh, verdammt. Ja, fast. Ja, mit der Maus ist das, wie gesagt, echt nicht so schön. Echt doof. Ich dachte, wir wären da. Das ist nur ein halber Kilometer. Lalalalalala. Ich glaube, sie haben das Ziel gestreckt, indem sie einfach mal so 50.000 Kilometer Strecke eingebaut haben. Ja. Guck mal jetzt auf die Karte. Ja, wir sind jetzt gleich da. Meine Fresse. Das nächste Mal können wir ein Wettrennen machen. Ja. Aber ich werd's sowieso verlieren, weil ich irgendwo stecken bleibe. Der Sunken Sea. Gut, wollen wir dann da morgen weitermachen? Können wir gerne machen. Aber tatsächlich morgen. Oh, Mann. So, äh, ja, dann würde ich sagen, morgen, morgen, äh, fahren wir mal weiter und gucken, ob wir irgendwann mal ankommen. Ja, wär schön, ne? Schön wär's definitiv. Gut, dann, äh, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Und rein. Tschüß! Tschüß!